So Leute, zur Funke A-Ballon. Die packen wir schon offen. Ich habe schon einen rausgeholt. Habe ich mir auch einen ganzen Schinken bestellt. Ich weiß aber nicht wie die sind. Kann ich euch gleich erst sagen. Schön vorne und hinten gestopft. Schöne Wanderung, alte Lunte. Und? Wie laut sind sie? Alte! Die sind lauter als ein Chinabella D von Weco. Und schön schnipsen tun die Teile auch noch. Richtig geile Teile von Funke Auer. Das brennt. Alter, da denkst du wirklich. Das Feuerzeug will auch nicht mehr. Ist das schon leer? Nee, eigentlich nicht. Kannst du nachliegen. Alter, da bippt die Erde. Also das sind wirklich P1 Böller und das richtig geil. Ich glaube ich muss auch noch mal einen hinstellen davon. Alter, das piept schon. Eigentlich müsste ich da auch mal einen Böllerkreis draus legen. Das ist doch bestimmt eine gute Idee. Ich stelle jetzt mal zwei hin und dann lege ich mal einen Böllerkreis. Ich hoffe, die stehen auch. Schwierig mit dem hinstellen. Schwierig mit dem hinstellen. Oder nicht. Ich tu mal in die alte Batterie. Mal schauen, was passiert. Ob die stark genug sind, damit die Batterie kaputt geht. Ich hoffe, beide sind. Alter, hat das die Batterie zufetzt? Ey Leute, schaut euch das an. Die A-Böller von Funke. Kaufempfehlung. Definitiv. Der Schinken kostet zwischen 60 und 80 Euro. Alter. Ich wollte immer noch einen hinstellen. Habe ich auch noch nicht gemacht. So, darunter ist ja ein anderer. Alter, die knallen schön. Also, die kommen ja fast sogar schon an der FP3 ran. Fast aber auch nur. Ich habe leider keinen Vergleich dabei. Heiß. Alter, das ist ja wirklich die volle Drönung. So, ich lege jetzt wirklich da mal ein paar hin. Das ist auch geil. Alter, die machen wirklich Kraternboden. Natürlich ist die Erde aufgeweicht und so weiter. Ist mir schon klar. So, hier riecht es so nach Alpen. Schiefbomstil. So, jetzt mal anziehen. Weg, 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 weg. Ist das geil. So, Leute. Ich habe noch ein paar. Also, ihr seht hier. 5x6 sind 30 Stück. Baue ich jetzt auf zum Ballerkreis. Und dann war es das. 10 Päckchen Funke. Aber dann. Tschüss, bis zum nächsten Video.